So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Wirf Brüchte bei Hunter's Heaven. Da müssen wir ganze drei Brüchte werfen, aber vorweg, diesmal ist das Ganze in Gruppenkeile nicht möglich, da nämlich derzeit in Gruppenkeile, ich kann es nur, ne, kann ich gerade nicht, weil in Gruppenkeile gerade Lebensraub ist, deshalb gibt es da nämlich auch keine Brüchte. Ich war nämlich gerade da, ich so, hä, hier ist nichts. Also das Ganze müsste halt jetzt gerade, Standpunkt jetzt, wo die Aufgaben rauskommen, halt entweder im Solo-Modus machen, Du, Team, Arena, überall, wo es halt Früchte gibt, nur halt gerade im Gruppenkeile ist das Ganze nicht möglich. Wir werden auch jetzt gemeinsam dahin fliegen, ich hoffe halt, dass jetzt Solo da nicht so viel los ist, aber wie gesagt, wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, dass das Ganze im Solo-Modus möglich ist, gerne doch mal eine kleine Hilfe für mich, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyag, Grüße gehen heraus an alle, die ihn schon eingetragen haben, dann natürlich gerne ein Like da lassen, wer noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. So, wo gehen wir hin in Huntershaven? Richtig, in die Hütte hier unten, meine ich. Aber die sind gefühlt überall in Huntershaven verteilt. Ich habe mir gerade eben nämlich selber ein Video angucken müssen, das wäre halt wirklich so blöd in der Obstkiste zu finden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier Solo abgeht. Ich wette nämlich, da wird eine Menge landen. Aber wir werden das Ganze schon irgendwie hinkriegen. Von daher klappt das schon. Warte mal, wieder rausgehen aus der Map. Weil in Huntershaven ist ja einmal jetzt die Aufgabe mit den Früchten möglich und noch der Scanner. Aber den Scanner habe ich ja eben hier oben bei Stealthy gemacht. Video ist schon hochgeladen, könnt ihr gerne mal reingucken. So, direkt runter. Wie gesagt, einfach drei Obstdinger einsammeln. Ich bin mal gespannt, ob die Peperoni als Obst gilt. So, ich sage jetzt schon, hier fliegt die halbe Map hin. Einer, zwei, drei, ich sage, hier ist die Hölle los. Guck mal, was hier los ist. Das ist ja wie Tilted Towers damals. Zack, einmal hier landen. Zack. Aber das ist kein Obst. Bild ist auch kein Obst. Also, ihr müsst auch Glück haben, dass ihr Obst findet. Wie ihr seht, ich hatte jetzt leider kein Glück. Und in dem Sinne, ich denke mir, ihr werdet es schon schaffen. Holt euch einfach eine Obstkiste. Beziehungsweise guckt, dass Obst drin ist. Dann, wie wisst ihr, L2 gedrückt halten. Dann R2. Dann das Ganze werfen. Ich versuche das jetzt ganz noch einmal. Aber ich brauche es schon nicht mitzuholen. Und wie gesagt, wer damit schon die Hilfe bekommen hat von mir, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder eventuell im Livestream. Also, haut her da rein.